Manchester United ist der perfekte Klub, um Paul Pogba auf das Level zu heben, das er erreichen möchte. Die Premier League ist der perfekte Ort für ihn. Hier besitzt er die Kondition, sich in der besten Liga der Welt zu entwickeln. Das ist großartig. Ich denke nicht, dass Real Madrid unglücklich war, als sie den Transferrekord bei Gareth Bale oder Cristiano Ronaldo gebrochen hatten. Ich glaube, das war auch ein Weltrekord. Ich weiß nicht, wann andere Leute Rekorde brechen und ich denke nicht, dass es ein Grund ist, traurig zu sein. Für mich ist es ein Grund, stolz zu sein, dass die Dimension des Klubs einen solchen Spieler wie Paul Pogba anziehen kann. Wenn Sie mich fragen, ob das viel Geld ist, denke ich, der Fußball ist verrückt. Der Markt ist verrückt. Doch was man momentan als verrückt bezeichnen würde, ist es in drei Jahren vielleicht nicht mehr. Es gibt Spieler für 10 Millionen Euro, die sehr teuer sind, da es auch Fußballer gibt, die nur eine Million Euro kosten. Also was im Fußball teuer ist und was nicht, kann ich nicht mehr sagen. Ich weiß nur, dass Paul Pogba ein großer Spieler ist, der sehr wichtig für diesen Verein sein wird. Und ich bin sicher, dass jeder Fan von Manchester United stolz sein wird, Teil eines so großen Klubs zu sein. Wir werden stolz sein, dass sie zu solchen großen Klubs zu sein sind. Untertitelung des ZDF für funk, 2017